Hallo und Privet aus Kaliningrad. Es ist Sonntag und ich habe festgestellt der Kühlschrank ist leer. Also Einkäufe stehen an. Früher habe ich das alles noch behalten, was ich einkaufen muss. Mit zunehmendem Alter hat man was vergessen und ich habe mir einen Knoten in mein Taschentuch gemacht. Der Knoten hat aber irgendwann nicht mehr ausgereicht und deshalb habe ich mir einen Spickzettel gemacht. In der Zwischenzeit gibt es modernere Möglichkeiten und die sind in meinem Telefon abgespeichert. Schwarzbrot. Knäckebrot. Ja und damit kann nichts vergessen werden. Und wenn Sie jetzt mitkommen wollen, ich nehme Sie gerne mit zum Einkauf am Sonntag in Kaliningrad. Ende Mai. Das Wichtigste beim Einkaufen ist mein spezieller Einkaufsrucksack. Noch zwei Stoffbeutel in Reserve und natürlich das Geld bzw. die Geldkarte. Mit Geld bezahle ich nicht mehr. Ich bezahle seit Jahren nur noch mit der Geldkarte und jetzt werde ich ausgebildet mit meinem Smartphone zu bezahlen. So, auf geht's. Drei Minuten von der Wohnung meiner Mutter ist der erste, kleinere Supermarkt. Pityoroczka. Warum er Pityoroczka heißt, der Fünfer, habe ich keine Ahnung. Aber wir schauen mal rüber. Pityoroczka. Pityor – im Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Fast jeder Supermarkt liefert auch nach Hause ein. Kreisunterschied so gut wie gar nicht. Tschüss und пока aus der Blockadestadt Kalinigrad. Bis zum nächsten Mal.